Ein gebrauchter Audi A4 steht hier zum Verkauf. Der schwarze Kombi ist fünftürig und bietet Platz für fünf Personen. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 23.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2015. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, Xenon-Scheinwerfer, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine satte Leistung von 224 PS an das Siebengang-Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,1 Metern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017